Ja moin, Gott Priestersberg, endlich habe ich es geschafft alle 301 Codexanträge freizuspielen. Eigentlich wollte ich ja schon mit dem Video 4 eher fertig sein, nur da ist halt ich mir bei den Axt Codexantrag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zum Glück hat man seit ca. 2 Wochen die Möglichkeit die Axt Puzzleteile per Operationsbillback zu formen. Jo, das Video soll für Leute gedacht sein, die eben noch nicht alle Codexanträge freigespielt haben, aber mal gerne alle Bilder und die dazugehörige Beschreibung sehen wollen. So eine Art Battlefield Video werdet ihr weltweit nicht nochmal finden, ich kann mir nicht vorstellen, dass nochmal jemand alles freischaltet und da noch ein Video dazu macht. Ich wollte eigentlich alles vorlesen, aber das hätte dann noch mehr Zeit in Anspruch genommen, das Video ist sehr knapp geschnitten. Man kann aber ohne Probleme alle Bilder und die dazugehörige Beschreibung lesen, weil bei Darf muss man aber dann kurz Pause klicken. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemanden interessiert, ich würde mich auf jeden Fall über ein paar Kommentare freuen. Wenn ihr noch ungelöste Codexanträge habt, immer her mit den Fragen. Ansonsten jetzt viel Spaß dabei, euer Goldpriester, please, wir werden nicht vergessen. Ansonsten jetzt viel Spaß dabei, wir werden nicht vergessen. Ansonsten jetzt viel Spaß dabei, wir werden nicht vergessen. Ansonsten jetzt viel Spaß dabei, wir werden nicht vergessen. Ansonsten jetzt viel Spaß dabei, wir werden nicht vergessen. Ansonsten jetzt viel Spaß dabei, wir werden nicht vergessen. Wir werden nicht vergessen, wenn nicht vergessen, wenn wir wissen, wir werden nicht vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020